Musik Emotion Pur, die größte Seat, Opel und Honda Autoshow im Raum Köln-Bonn. Autohaus Langer, direkt an der 3 in Loma. 3, 2, 1 Am 11.11. um 11.11. läuteten die Bonner Jecken auf dem Marktplatz mit drei Kanonenschüssen wie jedes Jahr die fünfte Jahreszeit ein. Unter dem diesjährigen Motto, bei Kamelle und Strüssje ist Bonn-Ousum-Hüssje, begrüßten die Daren ihr diesjähriges Prinzenpaar Bonner Verena I. und Prinz Simon I. Unter der Moderation von Dr. Stefan Eisel, Vizepräsident des Festausschusses Bonner Karneval, stimmten sich die Jecken unter anderem mit den Bluebirds, den Butterflies und Torbenpalmen auf die Feierlichkeiten ein. Auch Oberbürgermeister Jürgen Nimtsch lieferte mit seinem Hip-Hop-Lätsche seinen Beitrag zum Sessionsauftakt. Zwischendurch machten Deram-Kamelsche Stimmung für die Menge und luden zum Schunkeln ein. Nachdem alle Tollitäten vorgestellt wurden, feierte man zu Karnevals- und Partymusik, ehe es dann in den Bonner Stammkneipen bis in die Abendstunden weitergingen.